Erdbeeren, ich liebe Erdbeeren. Schatz, schön läuft so. Alter. Wir sind gerade in einer super Location hier. Ein schöner Dynamitbunker. Kleine Outtakes hier. Es geht leicht berghoch. Also, viel mehr ist hier nicht zu filmen, aber das wollte ich festhalten. Alter Schwede. Das ist doch ein Scheiß hier. Runter sind wir gut gelaufen. Nur hoch? Nicht. Weil hier ungefähr die kurze Entsteigung ist. Eierli. Meine Freunde, ich wollte es trotzdem mit euch teilen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwerer. Hilfe. Vor allen Dingen, man sieht es nicht. Doch, warte mal. Wie tief ist es? Was? Mach keine Scheiße, Federmaus. Nein. Hä? Wo ist die Federmaus? Mach doch kein Miesen. Nein. Nein. Keine Fehler war es. Heezwege, Heezwege, Heezwege. Hau. Wussi. Geh auf einen, du bist der nicht her. Wir sterben. Nein, Mann, Alter. Komm jetzt, komm jetzt. Fuck. Da ist voll die Fleder raus. Komm jetzt. Was komm jetzt? Boah, du, komm jetzt auf, bring mich auf. Der stirbt die tausend Tore. Ey, ich hab keinen Bock. Nein, Mann. Komm. Mach doch kein Miesen jetzt hier. Mein Gott, wenn du rausstehst, brüll. Scheiße. Nein. 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 Gut. Geil. Geil. Bist. Hey, nicht raus. Hey. Ja, Mann. Ja, Mann. Schatz an. Wetter, du Kissen. Liebe Freunde, das war ein kurzes Video, aber ich glaube ein gutes. It's Tom is on the chart. Hinterlass mir ein Like. Ja, dann abonniert mich, falls ihr es noch nicht habt und drückt die Glocke. Danke, euer It's Tom is.